Musik Landesrat Markus Sachleitner prämierte in der Kategorie Kreativwirtschaft das Hohenzeller Unternehmen Mathe Arena mit dem Edison. Silber ging in der Kategorie Technologie an Matt Finke und sein Team aus Wallern. Beim neuen Loch Make-Money-Turnier beim Golfclub über den Dächern von Passau holte sich Gerhard Wagner den Proto-Sieg. Allein im Innviertel wurden 18 Schulen von Landeshauptmann Thomas Stelzer als Meister-Sink-Schulen ausgezeichnet. Im Bezirk Grießkirchen waren es drei Schulen, die dieses Gütesiegel jetzt tragen dürfen. Die Stempelaktion des Räder Stadtmarketings erfreute sich großer Beliebtheit. Am Ende freuten sich 80 Gewinner über Schwantaler Zehner im Wert von jeweils 100 Euro. Während der Bezirk Ried bei den A-Gemeinden im neuen AK-Kinderbetreuungsatlas das Schlusslicht einnimmt, sieht man die Bezirke Scherding und Braunau als Vorbilder für eine optimale Kinderbetreuung. Für gute Luft bei den Räder Kickern sorgt die Partnerschaft mit dem Unternehmen Wintersteiger. Zumindest in den Innenräumen sorgt eine Anlage zukünftig für permanent gereinigte Luft. Die Gastrokette Oxsteak & Grill bleibt auch weiterhin als Partner der SV Gunthermatik mit dem Logo auf den Hosen der Profikicker erhalten. Ein neuer Sponsor für die Dressen konnte mit dem Unternehmen Tritschler gewonnen werden.